Zu einem Vollbrand kam es gestern um 16.49 Uhr in Neukirchen an der Engnach in Österlehen. Die Feuerwehren Neukirchen, Schwand, Burkirchen und Braunau wurden zum Einsatzort gerufen. Im Brand geraten war eine Scheune mit Hackschnitzel und Stroh. Die Löscharbeiten gestalteten sich relativ schwierig. Verletzt wurde niemand. Es entstand enormer Sachschaden.